Ja, Lukas, könntest du kurz... Nein, ich hab jetzt einmal nur mit Franzi zu filmen. Ich brauche mich dabei zu filmen. Es ist ein kurzes Telefonat. Na gut, es ist nur ein Telefonat. Franzi am Telefon fragt, ob sie einen Tourbord macht. Sie kommt rein, was will sie sagen? Ein Wort über Lautsprecher, komm. Denk hören, es hören Kinder zu. Kacki. Kacki. Kacki ist okay. Wer holt das Paket von der Post ab, ist den Leuten noch zu träge. Damit müssen wir die noch mehr nerven. Machen wir das nachher nochmal? Ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht rhythmisch. Das ist wie so ein schrecklicher Flashmob, wo die Leute einfach nur in Ruhe im Einkaufszentrum sitzen wollen. Und dann fängt irgendjemand an. Pauli, hol doch mal deinen Laptop. Ich hab ihn schon in der Hand. Also die Leute haben das Postlied leider nicht so gefühlt wie wir. Ich glaube, das war der falsche Beat. Das waren 60 Prozent. Da mach ich die Zwischenlage. Wer holt das Paket? Wer holt das Paket? Wer holt das Paket? Wer holt das Paket von der Post ab? Wer holt das Paket? Wer holt das Paket von drei Kilometer entfernt? Wer holt das Paket von der Post ab? Na? Hat euch die Version besser gefallen? Na? Na? Nichts?